In dieser Folge schwere aserbaidschanische Angriffe entlang eines Großteils der gemeinsamen Grenze, hohe armenische Verluste, aber auch schwere aserbaidschanische Verluste. Seit Dienstagnacht finden schwere Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan statt. Das Besondere hierbei ist, dass sie dieses Mal nicht in Nagorno-Karabach stattfinden, beziehungsweise Bergkarabach, wie es auf Deutschland heißt, sondern entlang der gemeinsamen international anerkannten Grenze. Dabei finden die Angriffe vom Süden bis etwa zwei Drittel der Grenze nach Norden hin statt. Einzelne Angriffe mit Drohnen sind weit ins Landesinnere hin durchgeführt worden. Nach einleitendem Artilleriefeuer haben dabei die, hier sehen wir BM 21 Grad, von den Aserbaidschanern in Richtung armenische Grenze. Nach einleitendem Artilleriefeuer haben daraufhin Abayraktar TB2 begonnen, eine Seat-Kampagne zu starten, also Suppression of Enemy Air Defenses. Dabei wurden S125 Neva-Stellungen zerstört, aber auch die relativ modernen S300. Hier können wir Videos sehen. Hier sehen wir einen S300 Starter, der aus der Luft mit einer TB2 Bayraktar zerstört wird. Ebenfalls zerstört hier ein Feuerleitradar. Auch hier wieder das Video. Und eine Harob gegen eine S300. Eine Harob-Selbstmorddrohne. Die kann, wenn Sie mal schauen, kann man hier in etwa runterkommen sehen. Haben Sie es gesehen? Sie schlägt dort ein, beobachtet durch eine Bayraktar TB2. Das heißt, die aserbaidschanische Seite schaltet systematisch die armenische Flugabwehr aus. Und seither gibt es immer wieder Waffenstillstände. Ich glaube, ich habe inzwischen von vier verschiedenen gelesen, die binnen 24 Stunden ausgehandelt wurden. Jedes Mal sind binnen Stunden die Gefechte wieder aufgeflammt. Seither gibt es auch aserbaidschanische Angriffe gegen die Artilleriestellungen und Bunkerstellungen der Armenier. Hier sehen wir eine D-30 müsste das sein. Die Haubitze, die hier von einer Bayraktar zerstört wird. Aserbaidschan hat dabei seither auch infanteristische Angriffe durchgeführt. Und dabei, wir sehen hier einen, bei diesen infanteristischen Angriffen hat es strategische Höhen erobert und mindestens eine Kaserne. Wir sehen hier auf einer relativ offenen Fläche in diesem Fall, dieses Video wurde von den Armeniern veröffentlicht, weil sie dieses Mal gesiegt haben und die Aserbaidschaner zurückgeworfen haben. Wir sehen natürlich, wie sie hier völlig auf freiem Feld vorrücken, ohne schwere Waffen, ohne Panzerunterstützung, ohne gepanzerte Kräfte. Wir sehen hier, wie sie da liegen in Stellung, um den vorrückenden Teil vermutlich zu sichern. Und zu einem gewissen Zeitpunkt sieht man dann, wie der Beschuss der Armenier beginnt. Hier beginnt jetzt der Rückzug. Und das dürfte ein Leuchtspurgeschoss gewesen sein. Die Eroberungen haben dabei, wie gesagt, strategische Höhen entlang der gemeinsamen Grenze erobert. Die Armenien spricht inzwischen davon, Aserbaidschan spricht inzwischen davon, dass es um zur Abwehr künftiger armenischer Aggressionen eine Pufferzone einrichten müsse. Damit wird gerechtfertigt, das Besetzen von strategischen Anhöhen, auch innerhalb des armenischen Staatsgebietes. Bei diesen Gefechten kamen es zu zahlreichen Kriegsgefangene, wurden genommen. Hier können wir acht sehen. Natürlich auch nicht gerade großartig behandelt. Ich habe andere Videos gesehen, wo welche auf LKWs liegen und wo Verwundete gefesselt sind. Und ich muss sagen, ich habe eine gewaltige Menge an Videos gefunden mit gefallenen armenischen Soldaten, sodass es ein wenig überraschend erscheint, dass die armenische Seite nur von 49 Gefallenen spricht. Die armenischen Medien sprechen dagegen von mehreren Hundert, was für mich deutlich wahrscheinlicher erscheint angesichts der mir vorliegenden Videos, die ich Ihnen selbstverständlich nicht zeigen werde. Denn dieser Kanal hier dient nicht, der soll keinen Gruselfaktor haben. Ich betreibe diesen Kanal nicht, um Ihnen Körperteile und Leichen zu zeigen. Interessant ist auch dabei, dass eben mit dieser Erklärung, dass sie strategische Anhöhen besetzen, dass sie damit Aserbaidschan spätestens zu diesem Zeitpunkt sich eigentlich als Aggressor bestätigt. Denn die Aserbaidschaner rücken auf armenisches Staatsgebiet vor. Und wer die Situation verfolgt hat, gab es in den letzten Monaten immer wieder Meldungen über kleinere aserbaidschanische Vorstöße, die bestimmte strategisch wichtige Positionen erobert haben. Und das hier soll Aserbaidschaner zeigen, die in eine Kaserne der Armenier eingedrungen sind. Und wie wir sehen, das soll wohl irgendwie das Büro des Kommandierenden sein oder ähnliches. Wir können hier die armenische Fahne sehen und auf der wird natürlich herumgetrampelt, um die Missachtung auszudrücken. Der stärkste Angriff, der stattgefunden hat und möglicherweise noch stattfindet, ist in Richtung Vardenis. Vardenis, das ist hier. Das heißt, im Besonderen, die Konzentration ist auf diese Region gerichtet, in Richtung des Sewan-Sees hier. Warum gerade hier, kann ich Ihnen nicht erklären, ob da irgendwelche historischen Ansprüche von Aserbaidschan geltend gemacht werden sollen oder was auch nicht. Aus Aserbaidschan selber hören wir, dass sie die über 35-jährigen Reserveoffiziere denen aufgeben, sie sollen sich sozusagen bei den Kreiswehrersatzämtern melden. Das heißt, das wäre ein Hinweis, dass Aserbaidschan seine Mobilmachung vorbereitet. Und auch Aserbaidschan meldet 50 Gefallene, darunter acht Grenzwächte, die so paramilitärisch sind. Und als letztes haben wir eine Reaktion der CSTO. Die beginnt eine Untersuchung und startet Mechanismen zur Unterstützung Armeniens. Eine Arbeitsgruppe soll dabei die Situation analysieren. Also ausdrücklich keine militärische Hilfe. Armenien hat wohl auch nur Artikel 2 des Vertrages angewendet, der beratende Unterstützung erbittet, nicht etwa Artikel 4 mit Militärhilfe. Wieso Armenien keine Militärhilfe erbeten hat, ist hierbei reine Spekulation. Denkbar wäre es, dass das Telefonat, das Pashinyan mit Putin geführt hat, bevor um CSTO Hilfe gebeten wurde, dass möglicherweise Putin in diesem ihm Pashinyan gesagt haben könnte, dass Russland keine Militärhilfe leisten könne, selbst wenn eine Invasion stattfindet. Und in einem solchen Fall ist es natürlich wichtig, wenn Armenien weiß, ihm wird militärisch nicht geholfen, dann wäre es absolut unsinnig, um Militärhilfe zu bitten, um Aserbaidschan und der Türkei mitzuteilen, wir werden keine Hilfe bekommen. Im Zweifelsfall könnte so noch die Drohung bestehen und damit noch Hemmungen von Seiten Aserbaidschans aufrechterhalten. Aktueller Stand ist, nach meiner letzten Information, dass an der Grenze weiter geschossen wird. Die Situation ist sehr fluide. Es gibt zwischenzeitlich Waffenstillstände, wo die einzigen Meldungen sind, dass das Feuer etwas abgenommen hat, aber es wird wohl ununterbrochen geschossen. Klar scheint zum jetzigen Zeitpunkt zu sein, dass Aserbaidschan auf armenisches Staatsgebiet vorgedrungen ist, allerdings noch nicht besonders weit. Ich habe auch noch keine Belege davon gefunden, dass es mit schweren Waffen eingedrungen sei, mit Kampfpanzern oder ähnlichem. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist die Informationsverlage noch sehr, sehr dünn. Und hier besteht auch ausdrücklich noch die Gefahr, dass irgendwelche Informationen falsch sind, wegen dieser Informationsdichte, oder dem Mangel der Informationsdichte. Also alles, was ich hier jetzt gesagt habe, eben betrachten unter der Umgebung des Nebel des Krieges. Einiges von dem, was ich gesagt habe, kann sich in mittelbarer Zeit noch als falsch herausstellen. Dies nur das Update, zu dem ich jetzt in der Lage war, eben bei den mir zur Verfügung stehenden Quellen, bei den Dingen, die ich zusammen gefunden habe. Ich habe einige sehr absurde Erklärungen, die ich gefunden habe, natürlich weggelassen, wo mir anhand meiner Quellenkritik klar war, dass der Wahrheitsgehalt höchstwahrscheinlich nicht stimmt. Klar scheint zum jetzigen Zeitpunkt zu sein, schwere Verluste, offiziell 100 Tote. Realistischerweise, wenn ich mir die Videos anschaue, dürften zwei, drei, vielleicht 400 Tote realistischer sein. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Aserbaidschaner jeden einzelnen getöteten Armenier gefilmt haben, während im Inland eine Kaserne, beispielsweise hier in Sotk, komplett zerstört worden sei, dass dort bereits aserbaidschanische Truppen sind, die diese selbst gefilmt haben, scheint extrem unwahrscheinlich zu sein. Das heißt, hier würden noch einmal Gefallen hinzukommen und allein auf den Videos, die mir vorlagen, habe ich mehrere Dutzend gefallene Armenier gesehen. Also schwerste Verluste für diese beiden kleinen Länder und für den kurzen Zeitraum. Und die CSDO wird zum jetzigen Stand nicht militärisch eingreifen und wahrscheinlich finden zum jetzigen Zeitpunkt weiter Gefechte statt. Das war es soweit, was ich an Informationen für Sie finden konnte. Ich hoffe, es war für Sie interessant und erhellend. Auch hier der Hinweis wieder, dieser Kanal ist natürlich nur möglich dank der Unterstützung von Zusehern wie Ihnen. Vielen lieben Dank an alle, die den Kanal bereits unterstützt haben. Und wenn auch Sie unterstützen möchten, dann finden Sie die Möglichkeiten dazu hier in der Beschreibung. und ansonsten das übliche Social-Media-Zeug natürlich. Ich würde mich über Abonnements freuen darüber, wenn Sie den Kanal Freunden und Bekannten teilen. Vergessen Sie die Glocke nicht, um Videos nicht zu verpassen künftig. Und natürlich Daumen hoch und Kommentar nicht vergessen. Was glauben Sie, wie geht es weiter? Und glauben Sie, Aserbaidschan hat da irgendein Recht? Ich denke noch darüber nach, dass ich eventuell noch ein Video mache, was das für Armenien bedeuten könnte, wenn Russland nicht eingreift. Aber ich muss schauen, wie viel Zeit dafür da ist. Denn wie Sie mitbekommen, ist mein Orderbuch gerade ziemlich voll. Das war es für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Bekannte. view Vielen Dank.